Es gibt immer mehr Nachfrage nach Belegen, die abriebfest sind. Gerade im vierten Quartal wird das Training auf Kunstrasen und oder Halle mehr. Daher haben wir von Kippersport einen Haftschau entwickelt, der genau diesen Ansprüchen gerecht wird. Guter Grip mit überdurchschnittlich langer Abriebfestigkeit. Das Ganze ist ein Premier-Silo, was wie wir wissen für ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis steht.